Jetzt habe ich irgendwie mehr Öl-Kapazität? Kars, habe ich das richtig? Alter, ist kaputt. Ich habe es geschafft. Ich muss was machen. Oh, ich bin in den Arsch. Pass auf Öl, Mann. Okay, Öl. Oh, da geht's hoch. Ach, da doch. Oh, ganz viel. Habe ich auch Lust dahin? Okay. Alter, diese kleinen Hubschrauber da, die Mistigen. Komm doch. Wie sie schon mit ihrem dämlichen Stachel da so, hey, was ist da los? Was? Warum? Was soll das? Ja, ich gehe hoch. Mensch. Eine Kiste. Oh, ja, 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 Gold. Oh, oh, so Gold. 57. Okay. Hallo. Okay. Mann, du, mit dieser Erhitzung. Da muss ich aber echt noch ein bisschen gucken. Das muss aber besser gehen. Oh, schon wieder meine? Ach, da geht mir doch glatt der Stift so. Mal jetzt, ähm... Schaden. Das sind die Dinger. Geschwindigkeit verlangt bei der Überhitzungstempetone. Einfaches Stahlbein. Geschwindigkeit verlangt bei der Überhitzungstempetone. Ja, was denn jetzt? Und Überhitzungstemperatur. Hä? Sehe ich nicht. Wo? Wo sehe ich denn die Werte? Das würde ich gerne mal sehen, diese Werte. Oh, ich bin auf der Karte gleich durch. Und da unten ist irgendein Raum, in dem ich scheinbar noch... Na klar war ich da. Muss ich ja. Aber dieser eine Raum, ne? Da war ich leider noch nicht. So, wo geht's denn jetzt weiter? Okay. Okay. Es muss doch irgendwo weitergehen hier. Habe ich was Neues gefunden? Sag mal. Nö. Ich habe was übersehen. Ich habe was übersehen. Ich weiß noch nicht was. Okay. Okay. Vielleicht das hier. Das da oben habe ich übersehen. Klar. Okay. Ich wusste ja, ich habe es übersehen. WTF? Was ist das denn? Was ist das denn? Was? Hm. Shit. Das gibt's doch nicht. Und wie kann ich die anderen Sachen verkaufen? Mann. Hey. Ich muss doch irgendwie die Sachen verkaufen können. Die kann ich doch jetzt nicht ewig mit mir rumschleppen. Das ist doch ein Scheiß. Das kann ja nicht wahr sein. Versteh ich nicht. Ja. Boah. Boah. Hier hinten habe ich jetzt gespeichert. Und da muss ich jetzt wieder hin. Das ist doch nicht wahr. Ernsthaft? Einen ganzen Scheiß Weg? Ernsthaft? Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Geh mal. hier war ich dann ich habe keine ahnung wie ich da drankomme gucken wir doch mal weiter um Alter was was denn für ein Vieh Oh, Monster-Fee. Ja, danke. Dankeschön. Da geht's nicht weiter. Ich hab keine Ahnung. Hier. Ah, ein neues Schwert. Okay. Okay, da komm ich von woanders dran. Was hab ich denn jetzt für ein Schwert bekommen? Schaden und Ölkapazität. Wo seh ich das denn? Wo seh ich das denn? Das gibt's doch nicht. Das raffe ich nicht. Ich hab leider nicht verstanden, wie das gehen soll. Boah, ich renne jetzt hier durch. Tut mir leid. Ich hab halt keine Lust. Die Ahnung ist doch nicht mehr zuhause. Das interessiert mich jetzt schon. Hilfe. Okay, das war's. Ja. Warum? Kollege. Was gibt's denn da nicht? Das hat vermutlich hier oben die Tür aufgemacht. Wie gar nicht der eins. Wo war'n das? Huioioioioi. Hallo. Komm her. Waschkopf. Wo war das denn? Hä, wo war das denn? Ach doch, gar klar. Hier ganz oben, hatte? Oh, das ist halt für mich zuständig, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Nö, das funktioniert nicht. Okay, das muss von der anderen Seite aus sein. Ähm. Ja. Geh weg. Das da platt macht, das frage ich euch. Die sind sofort da, sobald ich einmal hier... Kann ich sein. Aua. Hupsala. Okay. Ach, hier. Okay. Die Tür. Hohohohoho. Na, da freu ich mich ja ganz besonders. Super duper, du hast Level 2 erreicht. Geh zu deinem Skillbaum und wille ein Ende Fähigkeit aus. Das mache ich gerne. Oh Gott, jetzt haben wir Level 2 erreicht. Na, da ist ja Wahnsinn. Ähm. Okay. Füge eine Rüstung hinzu. Gegner können dich dadurch nicht mehr so sehr verletzen. Okay. Gib deinem Kolben mehr Power. Nahtaufangriffe erzeugen weniger Temperatur. Das ist eigentlich auch ganz cool. Hm. Ein etwas besseres Kühlsystem. Eieieieiei. Okay. Kühlsystem ist eigentlich schon wichtig. Gib deinem Kolben mehr Power. Wowowow. Ich bin erstmal für das Kühlsystem. Oh, mehr haben wir nicht. So. Und jetzt? Oh. 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 Oh, lecker mio. Ey, wie komme ich daran vorbei? Oh. 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 Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht wirklich. Aber gut. Oh. Oh, ja. Eine Rüstung. Oh. 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 erste Rüstung. So. Ja. Schöner Buspanzer. Da oben geht's. Äh, was? Achso, das ist ein Sprungheit. Boah, was? Okay. Das Ding hab ich auch noch nicht. Shit, ich hab noch nicht. Da hab ich noch einiges zu tun. Endlich! Äh, ich konnte speichern. Oh, wie schön. Oh. Eieiei, warte. So. Ah ja, was? Da ging's ja noch Höhe? Da geht's in viele Richtungen. Abwarten und Tee trinken. Guck mal, hier krieg ich das noch. Ja. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Dimmelarsch. WTF? WTF? Ja, nö. Seh ich nicht. Hey, wo geht's denn hier überall lang? Das gibt's ja nicht. Himmelarsch. Okay. Gut, hier geht's nie so weit nicht weiter. Fliegen nix. Da komm ich irgendwo hin. Hey, wir fahren doch nicht runter. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Nur wegen so einem ollen Zahnrad. Wenn ich da jetzt ewig und drei Tage hinterher... Hm. Mich würde mal interessieren. Mich würde mal interessieren. Hör doch mal auf jetzt hier. Ah, ich hab doch gehört, da höre ich noch einmal. Ich hab doch gehört, da höre ich noch einmal. Verkiss dich doch mal, Stromwacke. Ja. Alter. Ich bin sowas von im Arsch. Oh, was ist das denn da oben? Oh, guck mal, der hat eine ganze Familie dabei. WTF? Das kann alles nicht wahr sein. Ah. Aha Achso, da ging es weiter, da war ich jetzt Ach, hier war ich noch gar nicht, stimmt Wow, okay Oh, oh, oh Keine Ahnung was ich hier mache, aber Scheint zu funktionieren. Hm! Warum? Warum tue ich mir das an? Ich komme doch eh nur dahin, wo ich eh schon war. Ja, was habe ich denn da jetzt gekriegt? Ja... Ach, herrje. Ja, ich gehe erst mal wieder. Wir haben noch was anderes zu tun. Äh, wo muss ich denn da mal her? Oh, ein Schwert, Mann! Sag das... Ey, Alter, ich sehe das Schwert. Was ist los? Schaden und Ölkopsituiert. Stahl des Grauens! Ich sehe leider nicht, ob das irgendwie besser ist oder... ...hast du nicht gesehen? Ich hoffe es einfach mal. Hört sich auf jeden Fall so an. So... Ja, wir kommen doch noch da unten. Also auch noch mal speichern. Ich habe jetzt... Oh! Alter! Ich habe jetzt ein steueres Graus. Okay! Wie soll ich denn da durchkommen? Kann ich die wegpumpen? Nee! Tch! Wie soll ich denn da durchkommen? Hm! Oh, nicht! Okay, äh... Wir finden eine Lösung! Sehr optimistisch, ne? Wir finden eine Lösung! So, hier war ich gerade... Hier war ich, ne? Hier war ich, hier ist dieses Teil... wo keiner weiß, wie es funktioniert. Ähm... Oha! Ach nein! Ich wollte nur noch mal gucken, ob es da hinten irgendwas gibt. Aber nein! 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 Da ist das... So könnte ich hier noch irgendwas machen... So könnte ich hier noch irgendwas machen... Was ist das hier? Oh, ich weiß nicht, wie hier... Ich weiß nicht, wie hier... Ich weiß nicht, wie hier... Oh, Leute! Okay, also man kann echt... Äh... Das gibt's ja nicht, dass ich hier alles zerstürmen kann. So, also hier geht's runter. So. Aua, diese Viecher, ne? Diese Schnellkrabbler. Tess gibt's doch nicht. Ich lasse mich sogar von dem treffen, wenn er da oben ist. Obwohl ich schon im Vorteil bin. Ich bin halt ein wahrer Spezialist. Ähm, okay. Bevor ich da weiter runtergehe, gehen wir hier. Natürlich. Ich wollte ja auch nur, dass die Lieblings da sind, um mich hier ein bisschen trainieren zu können. Hey. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, guck mal. Und Geld, und Geld sammeln. Wie? Und hier, bei den Geschmack. Ja, ja. Jawohl. Meine Getränke sind gleich wieder alle. Ich, äh... Das ist noch nix. Das ist noch nix. Jawohl. Das ist noch nix. so okay okay frisch ans werk ich will den speicher da wo sie wieder ganz wieder summen sie ist oh was gibt es denn hier wieder alles für die viecher ach was ist denn hier wieder los oh da geht es auch noch rum meine tränke sind gleich oh nein oh was was gegen den habe ich auch keine chance sehe ich da gerade sehr viel gehalt danke na klar dass ich genau auf den drauf falle es ist so das war es nichts mehr zu trinken jetzt wird es gefährlich ja lass mich doch in der ruhe oh gott oh oh nein scheide scheidemot ich kann hier noch nicht rein hier wollte ich auch hier ne ich hätte auch noch einen Blick geführt oh gott jetzt muss ich den ganzen Weg wieder gehen hmmm und ich habe auch gar nichts mehr zu trinken also wie lange soll das halten sag halt mir wie lange soll das jetzt halten hier wie weit soll ich kommen das geht ja nicht das geht ja nicht da ist ja schön dass ich hier ein bisschen was sammeln aber weit komme ich hier bestimmt nicht jetzt schon schwer begeistert wow nein wow ich hätte vorher dieses scheiß Getränk trinken sollen ok ich glaube fast ich mache an der Stelle eine kleine Pause haha verarscht nein ich mache doch keine Pause noch nicht das war so schön alles so schön ist Timmel Arsch oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Oh. Wo möchte ich denn hin? Frag ich mich gerade, wo möchte ich eigentlich hin? Also da muss ich nur jetzt anfangen vorbei. Oh shit, oh shit. Okay. So weit, so gut. Oh Gott, ich würde gerne hier speichern irgendwo. Wenn es möglich ist, ich habe aber nichts mehr, was ich machen kann. Okay. Da geht es nach oben. Da oben geht es hier nach oben. Einfach nur für ein bisschen Film. Nein, das gibt es da nicht. Okay. Jetzt bin ich aber an dieser Stelle. Ja. Ja. Interessant, interessant dieses Spiel. Okay. Es macht schon Spaß. Wir werden es auch weiter spielen. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Ich muss mal kurz abreagieren. Dann spielen wir gleich weiter. Und ja. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja. Unter dem Video in der Videobeschreibung findet ihr immer den Link zur Playlist. Und ja. Bis dahin. Gab dich wohl. Tschüss. 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 Tut.